Flexi-Talk möchte es Ihnen warm und bequem machen. Mit innovativer Technik haben wir das Altitude 260 Sortiment entwickelt. Die X260 Jacke wurde im Hinblick auf ultimativen Komfort entwickelt. Die Flex-Easy-Funktion ist ein Vierwege-Stretchband, das die Ärmel und den Körper verbindet, um eine leichte Beweglichkeit der Arme zu ermöglichen. Die Handschuhmanschetten sollen das Eindringen von kalter Luft vermindern. Für erhöhte Sichtbarkeit ist eine Reihe von anbringbaren Highways-Westen verfügbar. Damit Sie sich wohlfühlen, müssen Sie trocken und warm sein. Deshalb haben wir die CLO-Isolierung für die perfekte Ausgewogenheit zwischen Wärme- und Atmungsaktivität integriert. Das Breath-Easy-Panel reguliert die Temperatur im Innern der Jacke, die entscheidend für die Kontrolle des Schweißniveaus ist und der Skisack hilft, die kalte Luft außen zu halten. Die Skihosen verfügen über ein Breath-Easy-Panel und der hohe Rücken schützt die lebenswichtigen Organe. Die X260-Reihe beinhaltet mehrlagige Stoffe. Die Verschleißbereiche sind aus Hochleistungsgewebe und dem Ripstop-Gewebe gefertigt. An der Unterseite der Beine ist das Gewebe wasserdicht und das hellere, graue HTTY-Gewebe auf dem Oberkörper erlaubt eine hohe Beweglichkeit. Die Altitude 260 Range hält Sie sehr warm und ist dabei leicht zu tragen. Somit haben Sie mehr Beweglichkeit, wenn Sie in einer schwierigen Umgebung arbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017